So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eigentlich muss man das gar nicht machen, weil ihr wisst ja, wer ist für die Infos zuständig? Sabrina, Schilling und Co. Wer kommt zum Schluss? Der Ramses und was macht der Ramses? Der Ramses will eigentlich nicht informieren, der Ramses will eigentlich eure Meinung haben. Deswegen, selbst wenn schon bekannt ist, dass der Macholo Community Day im Januar stattfinden wird und das schon jeder weiß, außer meine Zuschauer, möchte ich trotzdem auch nochmal ein Video darüber machen, weil ich einfach meine Meinung dazu sagen möchte und weil ich einfach eure Meinung dazu haben möchte. Und zuallererst, wer das immer noch nicht mitbekommen hat, heute seit 8 Uhr ist das Weihnachtsevent gestartet. Die ganze Zeit, man wusste ja, was ungefähr kommt, man wusste nicht, wie es kommt und was und wo. Es war ja auch bekannt, dass Petsniv, was jetzt als neues Shiny eingeführt wurde, wieder da ist mit Kostüm, beziehungsweise hat das hier eine Schleife auf dem Kopf. Ich habe das so hier überhaupt nicht erkannt, was das sein soll auf dem Bild. Obwohl, bei Botogil sieht man es eigentlich deutlicher. Ich wusste aber bis gestern Abend, beziehungsweise bis heute früh nicht, ja wie denn? Kommt das jetzt aus Eiern? Kommt das jetzt aus Raids? Kommt das jetzt wild? Dann hat man gesehen, es kommt aus Raids, weil die Raid-Bosse schon bekannt waren. Glücklicherweise gibt es das aber auch wild. Das heißt, ihr müsst also einfach nur viel Fangen und Glück haben. Ihr braucht keine Raids machen. Ihr braucht keine Eier schlüpfen. Egal ob Petsniv, Botogil oder Pikachu, ihr könnt alle drei wild bekommen und auch als Shiny bekommen. Und neues Pokémon, die Eistüte ist ja auch da. Sammelt da Bonbons, nicht unbedingt, damit es für Level 50 reicht, um das zu pushen. Aber einfach mal, um es durchzuentwickeln. Dann habt ihr mehr Eis, ja. Weil wenn ihr Eis, ganz viel Eis sammelt, habt ihr einen Riesenbergeis. Das ist auf jeden Fall logisch. Und zusätzlich sind natürlich auch die ersten Boni gestartet. Denn die wechseln ja alle zwei Tage. Und nur, um euch das nochmal zu verdeutlichen. Heute ist der 22. Am 22. und am 23. gibt es doppelte Raid-EP. Wer also noch Level 40 erreichen muss und will, nutzt das. Macht mal eine kleine Raid-Tour, ganz spontan in der Corona-Zeit mit 20 Freunden. Lauft von Arena zu Arena, Hand in Hand. Und vor allem nutzt morgen die Raid-Stunde. Ich bin sowieso gespannt. Es ist immer noch Kyurem drin, ja. Keilriemen ist immer noch drin. Aber morgen Glücksei an. Ich glaube, ich werde morgen sogar auf das Fangen verzichten. Ich weiß es nicht. Um nochmal möglichst viele Keilriemen-Raids zu machen. Mit Glücksei und Erfahrungspunkten mitzunehmen. Denn es ist die allererste Raid-Stunde, an die ich mich erinnern kann. Wo es doppelte Raid-EP gleichzeitig gibt. Sprich, ihr kriegt pro Raid 40.000 Erfahrungspunkte mit Glücksei. Dann ansonsten, wie gesagt, die nächsten Tage habt ihr noch doppelte Fang-Bonbons, doppelte Sternstück-Dawa, doppelte Glücksei-Dawa, doppelten Fang-Sternstaub am 30. und 31. Das ist für mich dann wieder interessant. Doppelter Fang-Sternstaub. Der Rest ist für mich jetzt nicht so interessant. Die drei Shinies sind interessant. Gönnt euch die. Aber zu Macholo, C-Day, wir haben hier wieder einen Artikel von Go-Games. Die sehen immer komischer aus. Die waren mal so schön übersichtlich und detailliert. Jetzt habt ihr hier so ein riesengroßes Bild reingeklatscht. Und der Rest hängt alles so am Rand rum. Ich weiß nicht, was ist mit der Codierung los? Was ist mit der Seite los? Weil die Tabelle, der Artikel ist auch sehr kurz. Gibt auch nicht viel zu sagen. Ihr seht die drei Shinies natürlich. Macholo, Machok und Machomai. Oder Macholo, Machok und Machomai. Je nachdem. Das gibt es natürlich schon im Spiel. Ja. Manche haben das schon. Manche nicht. Die, die es nicht haben, freuen sich. Die, die es schon haben, freuen sich vielleicht trotzdem. Die snipen dann wieder einfach Hunderter Shinies. Ansonsten findet das Ganze am 16. Januar statt. Von 11 bis 17 Uhr. Schreibt euch das mal in den Kalender. Er bekommt eine Unlichtattage, die wieder für die GBL interessant ist. Hier ist auch durch diesen dreifachen Sternenstaub, den man dann bekommt. Eine kleine Tabelle da, dass ihr seht. Normal kriegt ihr hier 100 für ein Pokémon. Durch dreifach dann also 300. Aber mit Sternenstück 4,5-fach, also 450. Wenn die Wetterboost haben, kriegt ihr sogar bis 562 für ein Pokémon. Wenn es eine Entwicklung ist, 1350 oder mit Wetterboost 1687 für ein Pokémon. Und wenn es die Endentwicklung ist, wenn es drei Stufen hat, sogar 2250 bzw. 2812. Den Artikel machen wir aber zu und gucken uns den direkt von pokefans.net nochmal an. Das sind nicht so viele Bilder. Da habt ihr aber alles einfach auf einem Fleck. Und ich finde, ja, sieht auf jeden Fall übersichtlicher aus. Und ist nicht so zerstreut so komplett. Macholo erscheint in hohen Zahlen wie üblich als Shiny. Schreibt ihr mal in die Kommentare, habt ihr schon ein Shiny Macholo? Oder braucht ihr noch ein Shiny Macholo? Habt ihr schon ein 100%iges, was ihr gemaxed habt? Ich habe schon immer damals gesagt, gönnt euch eine Machomai-Armee, 6 Stück. Und gönnt euch eine Despota-Armee, 6 Stück. Auf jeden Fall extrem nützliches Pokémon gewesen. Die Seeday-Attacke in meinen Augen ist jetzt nicht so wichtig. Könnt ihr also auch nach dem Seeday entwickeln. Farmt aber Bon-Boms. Und jetzt neu durch Level 50. Farmt XL Bon-Boms. Eigentlich bin ich ja ein Gegner davon, Pokémon zu bringen, die schon einen Seeday hatten. Mit Glumanda. Mittlerweile mit den XL Bon-Boms finde ich das gar nicht mehr so verkehrt. Habe ich schnell meine Meinung geändert. Macholo hatte noch keinen Seeday. Gab es vorher schon als Shiny. Shiny ist also nicht ganz so ein krasser Fall. Das war ja wie Nebulak. Nebulak gab es auch als Shiny. Hat dann Seeday bekommen. Okay. Ist für viele cool. Warum nicht? Irgendwann kommt sicherlich wieder was Neues. Irgendwas richtig Trashiges, was aber trotzdem neu ist. Keine Ahnung. Werdet ihr schon erleben. Auf jeden Fall habt ihr schon ein gutes, habt ihr schon ein 100%. Habt ihr eure Armee schon am Start? Sammelt ihr XL Bon-Boms für Level 50? Pusht ihr eine 6er Armee Machomaim hoch auf Level 50? Oder sammelt ihr Shinies? Oder was habt ihr vor? Denkt dran die Schnappschüsse zu machen. Diese komische Box die es gibt. Habe ich bisher immer ignoriert. Für 1280 Münzen gibt es natürlich wieder eine Top-Lade-TM. 4x Rauch, 4 Sternstücke, 30 Hyperbälle. Ich habe bisher noch nie eine Top-Lade-TM benutzt. Alle, die ich aus der GBL bekommen habe, habe ich noch auf der Hand. Deswegen diese Box für mich immer komplett uninteressant. Aber diese 99 Cent Spezialforschung wird auf jeden Fall gegönnt. Wie immer. Um auch zu gucken, was da drin ist. Und es gibt wieder einen Knust. Muss ich mir aber nicht kaufen. Da ich ja die Kando-Forschung für den 20. Februar gekauft habe, ist das Ticket für Januar und Februar der Sea Days da ja schon mitbezahlt und inbegriffen. Ihr habt also statt 12 Euro eigentlich nur 10 Euro bezahlt. Weil 2 Euro ja die zwei Forschungen sind. Steht auch nochmal da. Rauch, hell 3 Stunden, 3-facher Staub. Ihr wisst Bescheid. Also der Bonus ist auf jeden Fall richtig genial. 4,5-fach Staub mit Sternenstück. Macholo, richtig starkes, nützliches Pokémon. Cooles Shiny. Viele wollen das. Wollen ganz viele Shinies davon haben. Gönnt euch einen Shiny mit guten IV. Ansonsten sammelt Bonbons. Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr schon einen Macholo-Shiny? Habt ihr noch keins? Habt ihr gut? Habt ihr schlecht? Was ist euer Ziel an dem Tag? Was ist, worauf liegt euer Hauptaugenmerk? Das war kurze Infofolge. Eure Meinung einzuholen. Meine Meinung zu verbreiten. Wen es interessiert, klickt halt drauf. Wer nicht, dann nicht. Kennt ihr ja schon alles. Und wir hauen heute natürlich wieder ein Gewinnspiel raus. Wollte ich nicht machen. Ich wollte nur das machen. Aber der Biala hat mich überrannt und überrascht. Und der Biala hat ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Und was das ist, das seht ihr im nächsten Video. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses.